Heute bin ich in den Palisar de Charlevoix. Was das ist, seht ihr hinter mir. Das ist nicht nur eine schöne Aussicht, sondern auch ein guter Platz zum Klettern. Ich habe mich schon mal hier arrangiert und ihr kommt jetzt mal mit. This is a really nice Via Ferrata because we respected the nature as it is and we used as less metallic pollution as possible. Das ist der Black River. Und du kannst es sehen, die Zip-Line über dem lake. Das ist die steppe. Die Leute sagen mir, das ist der schlimmste Teil, aber ich denke, das ist der lustige Teil. Wir nennen es die Falcon Jump. Das sind ein altes Falcon-Niches. Für die Exon. Also wenn Guillaume jetzt noch vormacht, die man gleich auf diesem kaminartigen Pfad nach oben klettern muss, so mit Händen und Füßen, genieße ich noch ein bisschen die Aussicht. That's the difficult one. Oh yeah. Wie gut, dass ich vorhin noch alle Spider-Man-Filme geguckt habe. Nice. Wenn du das nicht jeden Tag machst, ist das ziemlich neu. Es war eine Rope. Oh. Es ist noch da drin. Ja. Du kannst es halten. Das war krass. Gerade durch den schwierigsten Teil der Route geschafft, durch den Falcon Jump. Und ich meine, ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber hier, durch die Sicherung am Saal, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist eher schön und aufregend. Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ja. Danke. 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 Danke.